Ein Mann kommt nach Deutschland. Er kommt nach Hause, aber sein Bett ist besetzt. Eine Tür steht zu und er steht draußen. Ja, Beckmann, sagte meine Frau zu mir. Einfach Beckmann. Und dabei war man drei Jahre lang weg. Ein Gespenst von gestern, das heute keiner mehr sehen will. Ein Gespenst aus dem Krieg, für den Frieden provisorisch repariert. Ich habe das Gefühl, dass hinter deinem Rücken ein Mann steht. Die Toten wachsen uns über den Kopf. Gestern 10 Minuten, heute sind es 55. Morgen kommt einer und schmecken ganzen Erdteile in die Luft. Es ist doch schön, wenn ich so blutig zugehe. Wir werden nicht viel tot sehen. Wir werden sie erst einmal wieder ein Mensch, mein lieber Freund. Wir werden sie erst einmal wieder ein Mensch. Weil Verantwortung ist ja nicht nur ein Wort. Man kann ja Menschen nicht nur für ein leeres Wort sterben lassen. Ein armes Luder von Herz hat man, dass diese Traurigen, die unter das Gaskrauer der Morgen möchte. Ein Herz hat man, das will pennen. Tief in der Elbe. Wir leben weiter. Wir hören nicht hin. Wir sehen stumm aneinander vorbei. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.